Ich gucke mir heute endlich mal wieder die krassesten Mods in Tieren an, ich werde unter anderem von einem riesigen Wurm verfolgt, der mich auffressen will und eine Spider-Man-Army will mich auch töten, Freunde, die werde ich mal komplett zerbashen, es wird sehr, sehr wild, wenn ihr T-Roll feiert, dann gerne auf den Like und auf den Aber, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare und ich würde sagen, let's go! Was soll ich dazu noch sagen, guckt euch das mal, einfach eine riesige Spider-Man-Army und ich habe hier auch eine neue Waffe am Start und zwar... Hä? Das ist ja nur ein Feuerlöscher, was ist das denn, aber die sieht so anders aus. Na, dann muss ich halt was anderes nehmen, hier Spider-Man, komm, nimm mal das hier, ich werde die Army einfach mal komplett zerbashen hier, ich schmeiße mal original, original nur Bomben rein. Oh mein Gott, warte mal, was können wir denn hier noch machen? Hallo? Sag mal, das ist ja voll die Kettenreaktion hier, die kleinen Spider-Mans hier, Alter, kriegst du hier nochmal kurz das Ding ins Gesicht hier, so eine Bombe. Und... Oh, okay, 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 oh ja, ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon, den haben wir auch wieder zerbashen. To-Gun? Hä, wie abgespaced sieht denn die aus, was glaubt ihr, was kann die, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Hä, was macht die, die macht ja gar nichts, ist ja richtig blöd, was ist das denn? Lol, lol! Ah! Was ist denn da gerade passiert, also ich habe wieder richtig, ich will eine neue Waffe am Start, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Spider-Man empfindet, ab geht's zur nächsten Mod. Was haben wir denn jetzt hier als nächstes am Start? Spring Valley, okay, was soll das denn sein? Irgendwie so ein Zuhause hier, hallo, ist hier jemand zu Hause oder wie kann ich das verstehen? Warte mal, ich mach mal auf hier gucken, zu fahren. Jo, alles klar, haben wir hier Zutritt hier, bisher die Amazon-Pakete, man kennt's, hier noch ein paar Autos, komm, ich quatsch gar nicht lang, wir wollen ja sehen, was hier drin... Hä? Hä? Was ist das denn für ein komisches, ah, für ein komisches Dorf hier, sag mal, ach, das ist... Ach, cool, das scheint anscheinend irgendwie so ein... Hä? Warte mal, da geht's ja auch noch weiter, um so eine kleine Stadt zu sein, wo man irgendwie so Sachen machen kann oder so. Guck mal, hier, so ein Polizeiauto, das wird hier gerade gebaut. Warte mal, was können wir denn hier noch einstellen? Okay, hier können wir Licht anmachen, hier, ja. Was können wir noch machen? Äh, gute Frage. Oh, okay, okay, komm, wir gucken einfach mal... Oh, bla! Wir gucken einfach mal weiter, was wir hier noch... Oh, Explosionen, ey, wollen wir nicht hin. Wir gucken einfach mal weiter, was wir noch so machen können. Ich hab hier schon so ein Truck gesehen, mit dem will ich auf jeden Fall mal... Oh, hopla, mit dem will ich auf jeden Fall gleich mal fahren. Aber wir können noch mal kurz gucken, was ist... Hä? Was ist das denn? Das scheint so eine Chemiefirma zu sein oder sowas, oder so eine Chemieabteilung. Guck mal hier. Hey, guck mal, was wird hier hergestellt? Also, ich glaube, hier werden einfach nur leckere Donuts oder sowas hergestellt. Können wir hier mal ein bisschen rumfahren, so. Haben wir... Digga! Was ist denn jetzt gerade passiert, sag mal? Und auch was Neues. Also, das ist anscheinend der Generator. Da darf man nicht gegenkommen, sonst explodiert er. Haben wir ja eben gerade gesehen. Wir können einfach mal weitergucken. Was ist das denn? Hä? Ah, das sind Feuerlöscher. Ach, cool. Vielleicht wird hier irgendwas mit Feuer hergestellt oder so. Vielleicht müssen wir hier drin auch einfach nur Feuer legen. Das kann ja auch sein. Komm. Wir zünden hier einfach mal... Okay, es war vielleicht ein bisschen blöd, die Feuerlöscher anzuzünden, sag ich ehrlich. Ich halte mich erst am besten einfach mal fern von der Firma hier, sonst geht hier wieder irgendwas hoch. Ich habe keinen Bock, nochmal hops zu gehen. Ich klaue der Zwischenzeit mal euren Truck. Ja, also bitte seid nicht sauer auf mich. Ey, guckt mal. Wie cool ist es, mit so einem Truck rumzufahren. Hier. Ja, nein. Seitenlage. Oh, was ist denn hier noch? Hier ist so eine Ausgrabungsstätte oder sowas. Oh, okay, okay. Pass, pass, pass. Wir müssen hier helfen, ja. Wir sollen hier anscheinend mal helfen. Und müssen den Radlader betanken. So. Ja, ja, ja. Komm, wir machen mal. Warte mal, können wir jetzt mal richtig runterfahren? So. Und jetzt schön nach vorne. So, rüber mit dir, du blödes Teil. Wo ist meine Schaufel hin? Du blödes Teil, Mann. Okay, was können wir hier noch so machen? Wir können vielleicht hier auch nochmal kurz. So, alles klar. So, ich darf es nur noch sagen, Freunde. Also, das kann man hier, also, hier kann man einfach wirklich alles zerstören. Und ich glaube, viel mehr können wir uns hier auch gar nicht mehr angucken. Was sind das denn? Sind das so Fässer? Warte mal. Ich kann noch einmal versuchen, einfach auf Entfernung hier einfach mal auf alles zu schießen. Hier, der Generator. Ich schieße hier einfach mal rein mit so einer Minigun. Ich kann auch, da fällt mir gerade mal ein. Pass auf. Wir machen einfach mal den hier. Wir holen einfach mal hier. Oh, wo ist das hier? Der Cannon Beacon. Ihr wisst ja, dass das explosionsgefährdend ist hier, der Generator. So, ist platziert das Ding. Ich gehe raus hier. Komm, ich will hier gar keinen Stress haben. Ich war es sowieso nicht. Ja, ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Okay, ich habe 20 Sekunden Zeit, um abzuhauen. Ja, ja, ja. Macht das gar kein Problem. Ich schille mich, glaube ich, mal hier hin. Ich kann von hier mal gucken. So, ich bin mal gespannt, wie genau das ganze Ding jetzt hier kaputt gehen wird. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja? Ja? Es leckt? Was passiert? Ja, aber? Hä? Hä? Okay. Überall Teile. Also, es ist aber weniger zerstört worden, als ich dachte. Also, es ist aber weniger zerstört worden, als ich dachte. Sag mal, es ist einfach nur mega krass am Längen. Aber es ist doch... Ja, doch, doch. Es ist schon ziemlich schief zerstört worden. Aber ich dachte, eigentlich wird es noch viel mehr Zerleder mit dem Generator. Nein, der Baum. Er ist gerade umgekippt. Mann, ey. Oh Gott, Freunde. Haltet euch schnell fest. Haltet euch schnell fest. Wir stürzen einfach mit unserem Raumschiff ab oder sowas. Nein. Oh, hä? Oh. Nein. Oh Gott, wir sind da irgendwo gegen gekommen. Wir stürzen da ab, Freunde, in den Wald. Nein. Oh mein Gott, überleben wir es. Nein, es ist alles so dunkel. Es ist alles so dunkel. Es ist so am Längen. Und ich glaube, wir haben es überlebt. Wir haben es gerade einfach überlebt. Guckt euch das an. Wir sind einfach mit dem Raumschiff hier abgestürzt. Mit dem Wald. Wie krass, dass wir das überlebt haben. Und hier ist ja perfekt. Hier sind schon die Baumarbeiter oder hier die Förster oder sowas. Gucken wir uns das nochmal an. Alter, Rampe. Das mache ich nicht. Das übernimmt die Versicherung, ja. Ist ja gut. Ja, wir müssen auf jeden Fall helfen, dass das Raumschiff wieder rausgejuckelt werden kann. Alles klar, Freunde. Ich glaube, ich bin hier nicht der beste Barbeiter. Aber immerhin haben wir einfach den Raumschiff-Absturz auf easy überlebt. Was soll das denn? Jetzt greifen mich hier auch noch die ganzen Spider-Man-Figuren an, oder was? Ich habe doch gar nichts getan. Und wieso ist es so am Längen? Einfach nur, Alter, die fallen hier einfach mal alle runter. Was wollen die denn von mir? Ich habe original 1 FPS, Mann. Lass mich mal in Ruhe. Da muss ich mal ganz schnell eine Bombe rauspacken, glaube ich. Hier, komm. Los, schieß. Alter, oh mein Gott. Die sterben ja alle von alleine, oder was, die Spider-Mans? Also, so viel mit Leben retten und fliegen ist hier wohl nicht mehr so. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Hallo? Oh Gott. Was ist das? Du willst mir also sagen, das ist ein riesiger Roboter, der hier auf mich runterguckt, oder was? Und ich kann hier nur rumfahren? Hallo? Ist hier jemand, der mich retten kann, bitte? Hallo? Hä? Warte mal. Lass mal hier gucken, was wir hier machen können. Also, das ist auf jeden Fall ein riesiger Roboter, der riesige Waffen hat. Und können wir jetzt, warte mal. Ich habe doch dafür vielleicht die perfekte Waffe, und zwar nehme ich diese hier und schieße hier einmal genau in die Mitte. Hä? Das hat ja gar nichts gebracht. Komm, schieß. Schieß. Das bringt ja gar nichts. Hier, aber da bringt es schon was, oder? Ja, die Türme gehen kaputt. Können wir da auch reingehen? Hä? Der Roboter macht ja gar nichts. Ich dachte, der greift mich jetzt irgendwie an oder so. Hä? Was soll das denn? Sag mal, aber das sind irgendwie so Hochhäuser oder sowas, ne? Warte mal. Dann nehmen wir mal kurz hier die Spider-Man-Taktik. Hä? Guck mal, das ist auch so ein riesiger Napf oder sowas. Gehen wir mal hier kurz zum Roboter. Alter, das Original-Ding ist das größte Ding. Oh, nein! Ich sag's euch, das Original-Ding ist das größte Ding, was ich jemals im Tierraum gesehen habe. Man, da kann man nicht mal drauf landen, auf dem Ding. Also der Roboter, Freunde. Ich sag euch ganz ehrlich, das Ding ist absoluter Müll. Hier, komm, Alter. Da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. Da machen wir jetzt einfach nur noch den hier. Und... Amen, oh, hier oben, die... Hä? Komm, wir platzieren einfach noch mal ein paar mehr von den Dingen. Geht das? Hä, sag mal, der kriegt ja nicht mal Damage von den Schüssen, ne? Also nicht mal... Der ist unzerstörbar auch noch, aber hier die Tower, die sind nicht unzerstörbar. Die mach ich mal kaputt hier, Alter. Hast du ein Problem, oder hast du ein Problem? Mann, die mach ich kaputt hier auf easy und auch das bringt nix, Freunde. Also der Roboter, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Wege kennt, wie ich den Kfaut machen kann, Mann. Hallo? Äh, ich hab nur gelesen, dass das irgendwie eine SCP-Stadt sein soll, aber ich weiß nicht, von welchem Monster. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich glaub, SCP-193 oder so, aber... So richtig erkennt du hier ja nicht was. Hä? Oh Gott. Ich hab halt Angst, dass das SCP-Monster hier irgendwo... Oh, nein! Dass das irgendwo hier rumläuft. Hallo? Ich brauch irgendwie Licht oder sowas. Hier, geht hier Licht an? Ja. Hallo? Oh Gott, Freunde, ich sag euch, das ist mir hier viel zu dunkel. Das ist mir hier auch viel zu gruselig, sag mal. Nein, ich komm hier jetzt auch nicht mehr raus. Hä? Ihr sollt'n Like und ein Abo da lassen auf dem Video hier. Ich stelle da gerade. Komm, wir gucken noch mal weiter. Was soll hier noch sein? Können wir hier uns hochboosten? Ja, geht, geht. Ist das so Skelette? Also, Freunde, komm, ich hau hier abzustellen. Ich kann, das ist ja fürchterlich. Oh, passt auf! Oh mein Gott, guck euch das Ding mal an. Das sieht einfach aus wie dieser Wurm aus SpongeBob, der einfach SpongeBob Patrick aufessen will. Guckt euch das mal an. Hier die ganzen Augen und so. Was, warte mal. Warte mal, wir können mit dem Ding fahren. Hä? Was? Ich dachte, dass wir uns aufmuttern. Hä? Warte mal. Ey, wir können damit einfach aufentspannt rumfahren. Guckt mal. Nee, nee. Und auch mit dem Männchen vorne drin. Also, das ist ja mal ein richtig, richtig geiles Fahrzeug. Warte mal. Da sag ich nur eine Sache. Wie bitte? Ein Familienhaus? Und das ist auch noch, weil ich hier drin dich essen kann. SpongeBob Patrick, seid ihr hier drin? Oh mein Gott, guck euch das mal an. Einfach so aufgeknabbert da vorne, das ganze Haus. Einfach mal auf easy. Mal komplett weggeboostet. Diesmal mit ein bisschen mehr Anlauf. Alter, ich muss da hier einfach mal aufgenannt. Das ganze Haus auf, sag mal. Warte mal, nochmal hier. Drehen, drehen, drehen. Und... Oh mein Gott, also auch das Hausrollen hat gar keine Chance. Aber jetzt würde ich mich mal interessieren. Hey! Lass mich raus hier! Jetzt hat er mich doch aufgefressen. So, lass mich raus. Mich würde mal interessieren, wie viel packt dieser Bomb auszuhalten. Was meint ihr? Eine Rohrbombe in den Mund. Oh. Nicht richtig getroffen, aber ich schmeiß noch mal rein. So. Jo, das Ding liegt, glaube ich, ganz gut. Ich kann noch mal ein paar mehr reinschmeißen. So. Nee, okay, das reicht nicht. Das reicht nicht. Dann vielleicht vier von Schuss mit der Bazooka reicht auch nicht. Was auch immer das für eine Waffe sein soll. Hier, das Ding reicht aber. Oh, Armin. Den Wurm hat es zerlegt, Freunde. Der Wurm ist jetzt einfach schwarz geworden. Und alles klar. Natürlich werde ich damit auch noch getroffen, Freunde. Ich würde sagen, das war es mit der heutigen Folge Tier-Long gewesen. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, haut gerne auf den Like- und auf den Abo-Button. Tut mir das so gerne mal. Checkt gerne eins von den anderen beiden Videos aus. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr weitere Tier-Long-Folgen sehen wollt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.